In diesem Video erfährst du, worum es sich bei dem psychologischen Prinzip der sozialen Bewährtheit handelt, wie du dieses Prinzip nutzen kannst und wie dir das Wissen um das Prinzip der sozialen Bewährtheit vielleicht sogar einmal das Leben retten kann. Was also ist soziale Bewährtheit? Stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt, dein Magen knurrt und du brauchst dringend etwas zu essen. In der Fußgängerzone findest du zwei Restaurants, die beide ordentlich aussehen, preislich okay zu sein scheinen und beide Gerichte auf der Speisekarte haben, die du gerne magst. Das eine ist knallevoll, nur noch ein einziger Tisch ganz hinten ist frei. Das andere Restaurant ist fast komplett leer. In welches von den beiden gehst du? Wenn du dich so verhältst wie die meisten Menschen, dann gehst du in das volle Restaurant. Selbst wenn du dich da an einen winzigen Tisch hinten bei den Toiletten quetschen musst. Aber ist das nicht vollkommen irrational? Wahrscheinlich ist das Essen im leeren Restaurant genauso gut und du hast die freie Platzwahl. Aber trotzdem ist dir das leere Restaurant irgendwie unheimlich. Du denkst dir, da wo viele Menschen essen gehen, da muss es ja gut sein. Und da wo die Tische leer bleiben, scheint irgendwas nicht zu stimmen. Das Konzept hinter diesem Verhalten heißt soziale Bewährtheit. Auf Englisch social proof. Soziale Bewährtheit beschreibt die Neigung des Menschen, genau das zu tun, was andere tun. Genau das haben zu wollen, was auch andere Menschen haben wollen. Dieses Prinzip begegnet dir im Alltag überall. Es treibt bizarre Blüten und es wird vor allem im Marketing und Verkauf benutzt, um Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Schauen wir uns erst einmal an, wo dir dieses Prinzip begegnet. Du schaust eine Comedy-Sendung und plötzlich hörst du an einer mehr oder weniger witzigen Stelle diese Lachkonserven. Das eingespielte Lachen eines Publikums, das eigentlich gar nicht da ist. Warum werden diese Lachkonserven eingespielt? Ganz einfach. Studien haben gezeigt, dass Menschen einen Witz deutlich witziger finden, wenn sie hören, dass andere Menschen darüber lachen. Selbst dann, wenn das Lachen aus der Konserve kommt. In einer Kneipe beginnt für eine Bedienung eine neue Schicht. Was ist das Erste, was diese Bedienung sinnvollerweise macht? Sie schnappt sich das Glas, in das Kunden normalerweise das Trinkgeld werfen. Zu Beginn der neuen Schicht ist das Glas leer. Aber jetzt füllt die Bedienung es mit eigenem Geld auf, sodass die Hälfte des Glases voller Münzen und Scheine ist. Warum? Schließlich sollen ja die Kunden Trinkgelder geben und nicht die Bedienung. Aber die Serviererin weiß, dass Kunden eher bereit sind, Trinkgeld zu geben, wenn sie sehen, dass bereits Trinkgeld im Glas ist, dass also scheinbar andere Kunden auch schon ordentlich Trinkgeld gegeben haben. In Hotels benutzen Gäste die Handtücher in ihrem Badezimmer deutlich öfter ein zweites oder drittes Mal, wenn ein kleines Schild sie darauf aufmerksam macht, dass 75 Prozent der Kunden, die in diesem Hotelzimmer übernachtet haben, ihre Handtücher mehrfach verwendet haben. Ein besonders bizarres Beispiel für soziale Bewährtheit beschreibt der Psychologe Robert Cialdini in seinem Buch Psychologie des Überzeugens. Er berichtet von einem Mord, der sich in den 1960er Jahren in New York ereignet hat. Das Besondere an diesem Mord? Dutzende von Menschen haben dabei zugeschaut, aber nicht ein einziger hat eingegriffen. Wie kann das sein? Sind die Menschen in New York so feige und abgestumpft? Folgendes war passiert. Der Mörder greift sein Opfer nachts in einer der New Yorker Straßenschluchten an und das Opfer schreit. Überall in den Häusern gehen jetzt Lichter an und Menschen treten ans Fenster. Aber niemand tut etwas. Das Opfer läuft weiter in den nächsten Straßenzug, wird aber wieder angegriffen und das Spiel wiederholt sich. Es wiederholt sich eine halbe Stunde lang, bis das Opfer tot ist. Die Erklärung dafür? Soziale Bewährtheit. Nur diesmal umgekehrt. Die Menschen, die ans Fenster treten, sehen ja nicht nur die Auseinandersetzung auf der Straße, sondern vor allem auch all die anderen Menschen an ihren Fenstern. Keiner von denen tut etwas, dann kann das da unten so schlimm ja nicht sein. Vielleicht wird ja nur ein Film gedreht oder ein Pärchen streitet sich. Wenn da jemand ernsthaft in Gefahr wäre, hätte schon längst jemand die Polizei gerufen. Das Beispiel dieses Mordes zeigt uns, wann das Prinzip der sozialen Bewährtheit besonders stark auf uns wirkt. Nämlich erstens dann, wenn uns die Situation unübersichtlich und fremd vorkommt, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir uns nicht auskennen. Dann richten wir unser Verhalten stark daran aus, welches Verhalten wir bei anderen wahrnehmen. Das Prinzip wirkt aber auch dann besonders stark, wenn die anderen, deren Verhalten wir beobachten, uns ähnlich sind. Wenn eine Gruppe Rentner vor einem Computer- und Handyshop übernachtet, weil sie die Ersten sein wollen, die am nächsten Morgen ein neu auf den Markt gekommenes Handy kaufen möchten, dann hältst du diese Rentner bestenfalls für verrückt. Aber wenn deine Freunde oder Menschen in deinem Alter vor einem Apple-Store übernachten, weil sie die Ersten sein wollen, dir ein neues iPhone zu kaufen bekommen, dann hast du dafür mehr Verständnis. Und vielleicht entsteht in dir der Wunsch, auch so ein iPhone haben zu wollen. Was heißt all das für dich? Wenn du Menschen davon überzeugen möchtest, dass irgendetwas gut oder richtig ist, dann verweise darauf, dass viele andere diese Sache auch für gut oder richtig halten. Und mache deutlich, dass diese vielen anderen, die Menschen, den du überzeugen möchtest, ähnlich sind. Wenn du als Mann an einem Samstagabend unterwegs bist und hoffst, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, dann wird es deutlich leichter für dich, wenn in der Clique, mit der du unterwegs bist, auch Frauen dabei sind. Jemand, der zusammen mit Frauen unterwegs ist, kann aus weiblicher Perspektive dann ja wohl so übel nicht sein. Soziale Bewährtheit eben. Vielleicht ist es für dich aber noch wichtiger zu wissen, wo andere das Prinzip der sozialen Bewährtheit verwenden, um dich zu manipulieren. Du suchst ein Hotelzimmer bei einem großen Online-Portal? Und kaum hast du auf ein Hotel geklickt, wird dir angezeigt, drei andere Besucher interessieren sich auch für dieses Hotelzimmer. Bei Amazon gibt es die Einblendung Amazons Choice und Bestseller, die dir suggerieren sollen, dass sich besonders viele Kunden für genau dieses Produkt entschieden haben. Gerade wenn du online einkaufst, wirst du solche Einblendungen überall bemerken. Und diese Einblendungen und Hinweise sollen dich manipulieren, damit du kaufst. Aber jetzt weißt du ja, wie du das interpretieren musst. Wie kann dir das Prinzip der sozialen Bewährtheit das Leben retten? Stell dir vor, du bist irgendwo, wo viele Menschen sind, hast einen Notfall und brauchst dringend Hilfe. Du bist zum Beispiel auf einem Konzert und bekommst einen Asthmaanfall oder eine schwere allergische Reaktion. Dann rufe nicht einfach nach Hilfe. Denn dann könnte es dir so gehen wie dem Mordopfer in den New Yorker Straßenschluchten. Die Leute um dich empfinden die Situation als unübersichtlich und unsicher. Vielleicht bist du ja nur ein hyperventilierender Gruppi und sehen, dass alle anderen um dich herum einfach weiterfeiern. Dann kann es so schlimm ja nicht sein. Und niemand kommt dir zu Hilfe. Aber wenn du einzelne gezielt ansprichst, hey du im blauen T-Shirt, hilf mir, dann wirst du mit Sicherheit Hilfe erhalten. Haben dir diese Tipps gefallen? Dann abonniere doch den Kanal. Hier gibt es regelmäßig die besten Ideen und Techniken der besten Trainer und Experten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Psychologie. Bis zum nächsten Mal. Dein Florian Pressler.